Mein Name ist Martin Grosch. Wir haben einen Zimmereibetrieb. Besteht seit 2006 von mir selber gegründet. Holzbau ganz individuell von Anbauten, Aufstockungen. Wir bilden Auszubildende aus als Zimmerin, also Zimmerinnen und Zimmerer natürlich. Hallo, mein Name ist Diana Wiedler. Ich arbeite in der Marketingabteilung der FOMA ProBellaufzüge. Wir sind ein wachsendes, mittelständisches Unternehmen in der Aufzugsbranche. Aktuell beschäftigen wir über 200 Mitarbeitende und suchen ständig nach neuen Azubis. Wir schätzen besonders an Ausbildungsangebote.com die Regionalität, da wir gerne als regionaler Arbeitgeber wahrgenommen werden möchten. Die Vorteile für mich sind einfach, dass man die Jugendlichen eigentlich anspricht, im Internet, da wo die Jugendlichen auch unterwegs sind. Wenn sie Ausbildung suchen, wenn sie nur Zimmer eingeben und dann der Umkreissuche, dann werden wir automatisch gefunden. Das ist nicht mehr wie früher. Die Jugendlichen suchen einfach per Handy, einfach im Internet. Und das ist eigentlich unser Vorteil, was wir da haben, dass wir da dabei sind. Uns überzeugt das Portal und die Nähe zur Zielgruppe, da das Portal gemeinsam mit Schülern und Unternehmen entwickelt wurde. Und allgemein entwickelt sich das Portal auch ständig weiter. Es werden immer neue Ideen und Marketingmaßnahmen umgesetzt. Mein Name ist Margit Kästle. Ich bin Personalreferentin bei der Firma REM Thermal Systems und zuständig für das Recruiting hier an unserem Standort in Blaubeuer. Die Firma REM ist ein mittelständisches, inhabergeführtes Unternehmen, ein Maschinenbauunternehmen, das innovative thermische Systeme für die Elektronikfertigung bietet. Der Vorteil vom Ausbildungsangebote Portal liegt ganz klar in der Regionalität. Dann ist die Zusammenarbeit sehr einfach und unkompliziert mit dem Ausbildungsportal. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt und ich kann mich jederzeit an meine persönliche Ansprechpartnerin wenden. Eigentlich für jeden Betrieb, der er ausbildet, ist es ganz wichtig, dass er sich da anmeldet und da seine Wirbung schaltet. Man kann da ganz viel erreichen. Ich würde das Portal Ausbildungsangebote auf jeden Fall weiterempfehlen. Um unseren Personalbedarf auch zukünftig decken zu können, suchen wir ständig nach neuen Azubis.